hey leute hallo und herzlich willkommen zu einem video ich bin es für euer multi planet und heute ja ein bisschen zusammen gemischte aufnahmen und zwar hier nehme ich gerade einen ausgebahrten teich auf also teichsee kleinerer und danach kommt noch mal der baggersee aber das seht ihr nicht viel spaß auf jeden fall mit der aufnahme ich habe mir heute beim filmen richtig mühe gegeben war an zwei verschiedenen orten hier an diesen ort und an einem noch anderen ort ich wünsche auf jeden fall viel spaß mit aufnehmen und ich würde sagen los geht's so 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 so